Wir sind die Orte nur ins Ziel, und das sind 20 Minuten hin und zurück. Erst haben sie am Abend noch Hilfe. Es lag noch. Bloß da waren wir auch 15 Stunden hinten. Dann hat er gesagt, dass er wieder zurück ist. Der Beckerfritz hat sich gleich so bis hin. Ich schlafe noch einmal. Das ist doch so seltsam. Ich schlafe noch einmal. Das ist so seltsam. Das ist so seltsam. Ich schlafe noch einmal. Ich denke, lieber auch. Schau mal her, da hat man ja Pern und Bissen. Sigi, häng. Sigi. Ja, ich hab sie dann rausgenommen. Ja, ich wusste, ob er zu fällig ist. Ja, der Bauer muss sich das zeigen. Ja, ja. So, du musst es weiter ziehen. Sie ja, zudem in die Klappe, soll man laut sein. Ja, das ist eine Riebe. Der ist ein Riebe nach. Nicht mal, man muss es auf die Klappe gehen. Da hat man Gas. Da hat man heute abgefahren können, wenn man Gas gibt, das letzte Mal. Da hat man heute abgefahren können, wenn man Gas gibt, das letzte Mal. Oder abgefahren? Wo ist denn das ab? Da fang weiter zurück. Es geht, wo abgefahren ist. Ja. Nein. Das ist doch da, da. Ja. 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 Ja, ja. 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 Untertitelungen aufgrund der Audioqualität nicht möglich Die Döring kann man hier, wenn man sieht, dass die Autos nicht mehr aufgelistet ist. Dann kommt der Autos nicht mehr aufgelistet. Wir müssen die Verhindern. Ich muss mich nicht mehr so sagen. Ich bin nicht mehr so. 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 Ooooooh! Ich guck um mich jetzt um, Armin! 5 Sekunden drüben weiter! Scheiße! Ich guck um mich jetzt um! Wir haben auch noch einen Tast geschlagen, oder? Jetzt brauchst du noch, sonst grab sie rein! Wenn du nitschst, dann noch mal runter! Jetzt füllt ja nichts, doch! Ich guck noch mal runter! Ich guck noch mal runter! Das ist nix! Ich guck noch mal runter! Sante geht noch mal runter! Das ist so! Das ist ja der Stäbbel! Schon wieder drauf passen, oder? Der Vortrieb hat gemeint, er will nicht ins Winter! Nein, aber... Ja, jetzt sagt er, ist der Schäfer! Da schnitt er wieder! Ja, das kommt! Dann fahr ich wieder runter! Das ist ja der Schäfer! Vielen Dank! Ich gehe alle! Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Schöne Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schau! Das ist für Fäigling. Ja, du siehst da raus, wie es da aber nicht war. Ja, stimmt. So gesehen. Ja, oder mehr. Auch wenn ich sie jetzt. Wobei der da will ich sie sehen. Oder andere komische, die schwarzen. Und der andere. Brauchst du mal? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, das ist ja nicht nur so. Das ist ein Zylinder. Das ist bei einem 2-1. Das ist ein Zart. 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 Genau, so wie es sich geht immer. Das war noch ein Zart. Unser Franz, wie weit? Ich glaube, es kommt heute noch mal raus. Wenn da Licht mit hat. Das ist nicht zu viel, oder? Hat es auch nicht zu viel Licht auf so einem Hagel? Nein. Auf oben vorne? Nein. Ja. 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 Das ist ja da wohl auch, eigentlich. Das war das Jahr. Das ist ja so, ich muss noch mal ein bisschen. Das ist so eine hartere Beileidung, ja. Nee? Ja, gut. 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 Das ist doch eine gute Musik. Ja. Das ist ja so. Hallo. Ich hab's ja mal auch direkt vom Umwegfall auf der Graf. Der Zeitraub wäre einfach wieder gut hier. Das ist ja auch. Ich glaube, dass wir gehen an die Fondbahn und brazen. Das ist ein Blatt. Was ist das? Das ist ein Blatt. Das ist ein Blatt.